Versuche, das Mountainbike-Fahrwerk zu elektrifizieren, gab es schon viele. Den Durchbruch hat aber da noch keiner geschafft. Und dennoch lässt RockShox nicht locker. Kann das neue Flight Attendant XC eine Kehrtwende in der Entwicklungsgeschichte von elektronischen Fahrwerken herbeiführen? Das Marketing für das Fahrwerk lief schon vor der Markteinführung wie geschmiert. Denn Nino Schutter hat seinen historischen 34. World Cup-Sieg mit dem RockShox Flight Attendant-Fahrwerk eingefallen. Und auch bei der Cross-Country-WM in Glantress 2023 waren sechs Fahrer aus den Top Ten mit einem elektronischen Fahrwerk unterwegs. Fünf davon hatten das RockShox Flight Attendant-Fahrwerk an Bord. Sportlich gesehen läuft es für die Elektronik am Fahrwerk also wie am Schnürchen. Aber warum hat es noch kein Fahrwerk mit einer elektronischen Unterstützung auf dem Markt zum großen Erfolg gebracht? Denn mit dem E-I-Shock-System von RockShox, dem Fox Live Wave System oder dem Flight Attendant-System der ersten Generation gab es bereits mehrere Versuche, die Elektronik am Markt zu etablieren. Wenn man sich aber auf den Trails umblickt, sieht man diese Fahrwerke kaum. Das E-I-Shock-System war vor über zehn Jahren ein netter Versuch, die Elektronik zu etablieren, war aber defektanfällig und hat nur so eine mittelmäßige Funktion gehabt. Fox Live Wave System war bei den Reaktionszeiten und bei der generellen Funktion eine neue Benchmark. Aber das ganze System war extrem grubig. Sensoren an Gabel und Hinterbau mussten mit der Rechenzentrale mit Kabel verbunden werden und haben ehrlich gesagt das Bike etwas verschandelt. Gerade in einer Szene, wo manche, die die Kettenblattschrauben auf ihre Trikotfarbe abpassen, war das ein ästhetisches No-Go. Als RockShox vor zwei Jahren das erste Flight Attendant-System vorgestellt hat, haben die Amerikaner all diese Pain-Punkte in den Griff bekommen. Denn das Fahrwerk funktionierte nicht nur erstklassig, sondern war erstmals auch kabellos funktionsfähig. Man musste also keine Kabel mehr mit einer zentralen Recheneinheit verbinden. Und trotzdem, sieht man sich auf den Trails um, sieht man auch das kabellose Fahrwerk nur ganz selten. Ein Grund dafür liegt mit Sicherheit im Preis. Ein anderer Grund liegt darin, dass sich das erste Flight Attendant-Fahrwerk primär auf abfahrtslastige Bikes mit 160 mm Federweg und mehr konzentriert hat. Der Gedanke dahinter war immer, wo viel Federweg ist, hat ein elektronisches, effizienzsteigerndes Fahrwerk den größten Impact. Und das mag auch stimmen. Aber Hand aufs Herz, wer betätigt bei seinem Enduro regelmäßig den Lockout-Hebel am Dämpfer? Das sind wohl die wenigsten. Denn wenn man mit einem Bike, das 15 Kilo um mehr wiegt, und klebende Reifen hat, den Anstieg hoch tritt, ist ein leichtes Wippen am Fahrwerk wohl eher das kleinste Problem. Ganz anders sieht die Sache im Cross-Country-Bereich aus. Denn in der Szene ist das Betätigen des Lockout-Hebels bereits in Fleisch und Blut übergegangen. Während sich Enduro-Fahrer mit dem elektronischen Fahrwerk eine zusätzliche Komponente ins Haus holen, löst das elektronische Fahrwerk bei den Cross-Country-Fahrern ein Problem, das man bislang manuell handeln musste. Darin liegt eine Riesenschance. Denn anders als die elektronische Schaltung oder die elektronische Sattelstütze, funktioniert das System völlig autark ohne Eingriff vom Fahrer. Man kann sich also selber völlig auf den Trail oder das Rennen konzentrieren und das Fahrwerk die Arbeit übernehmen lassen. Die Vorzeichen für den Durchbruch sind also diesmal besser denn je. Aber bevor wir das Fahrwerk testen konnten, muss man sich erstmal mit dem Setup und vor allem mit vielen Individualisierungsmöglichkeiten des neuen Fahrwerks auseinandersetzen. Zuallererst muss man, wie bei jedem anderen Fahrwerk auch, die Luftdrücke und die Zugstufen einstellen. Und dann kann man anfangen, die Komponenten zu paeren und das Bike zu kalibrieren. RockChance liefert hier wirklich eine sehr gute Videoanleitung, um das Ganze im Handumdrehen zu erledigen. Was beim Paeren der Komponenten auffällt, ist, dass man den Wattmesser und die Schaltung, falls man eine SRAM AXS-Schaltung hat, ebenfalls an das Fahrwerk koppeln kann. Denn erstmals trifft das System die Entscheidung, ob es offen, gelockt oder in der Pedalplattform unterwegs ist, nicht nur aufgrund der Informationen von Beschleunigungs- und Lagesensoren im Fahrwerk, sondern bezieht auch die Information mit ein, wie viel Watt gerade am Pedal anliegen und in welchem Gang man unterwegs ist. Der Grundgedanke dahinter ist, je stärker man in die Pedale tritt, desto eher wird das System in den gelockten oder in den Plattformmodus gehen, weil es davon ausgeht, dass man beim Sprint ein hartes Fahrwerk bevorzugt. RockShox hat ein selbstlernendes System entwickelt, das immer auf die Daten der letzten acht Ausfahrten zurückgreift und die eigene Leistung in vier Sektoren unterteilt. Je nachdem, ob man im Sprint, High-, Medium- oder Low-Sektor unterwegs ist, arbeitet das System anders. Das Geniale daran ist, dass die vier Zonen, mit denen das System arbeitet, sich dynamisch an den jeweiligen Fahrer anpassen. Das System arbeitet also nicht mit einem Standardwert, der von Nino Schurter bis zu mir für jeden passen muss, sondern schaut sich wirklich individuell an, wie die maximale Leistungsfähigkeit eines Fahrers ist und entscheidet aufgrund dieser Information, ob sich der Fahrer gerade in einem Sprint befindet und das Fahrwerk wohl tendenziell eher gelockt haben will, oder ob er locker unterwegs ist und mit einem offenen Fahrwerk gut zurechtkommt. Und damit hat das elektronische System erstmals die Möglichkeit, den Lockout oder die Plattform am Fahrwerk so einzulegen, wie man es selbst als Mensch auch machen würde. Zusätzlich kann man das Fahrwerk über die Einstelloptionen in der App auch stark individualisieren. Über die Bias-Einstellungen kann man dem Fahrwerk mitteilen, ob man es tendenziell eher geschlossen oder tendenziell eher offen halten will. Und so lässt er sich persönliche Vorlieben der Elektronik mitteilen. Was sich auch individualisieren lässt, ist der sogenannte Override-Modus. Über die App lässt sich nämlich ein Knopf bestimmen an den AXS-Pods, der während der Fahrt in das Handeln des ansonsten automatischen Fahrwerks eingreift. Man kann festlegen, ob, wenn man den Knopf einmal gedrückt hat, das Fahrwerk blockiert, offen oder in der Pedalplattform verharren soll. Und ihr merkt schon, das ist eine Funktion für all diejenigen, die der Technik nicht zu 100% vertrauen. Aber so viel kann ich schon mal verraten. Während unserem Test hat sich ganz klar gezeigt, dass das Fahrwerk eigentlich so gut automatisch funktioniert, dass man den Override-Modus tatsächlich nicht mehr braucht. Die App demonstriert, dass die Ingenieure von RockShox den persönlichen Vorlieben von Bikern wirklich genug Raum gelassen haben. Das neue Flight Attendant XC-Fahrwerk ist keine Friss- oder Stirbautomatik, sondern lässt sich an vielen Punkten anpassen. Ganz ehrlich, am Anfang haben mich die vielen Einstelloptionen in dem Fahrwerk tatsächlich etwas überfordert. Aber man kommt relativ schnell rein und die App lässt sich gut bedienen. Und das sind alles auch Optionen, die man nicht täglich umstellt. Im Prinzip stellt man diese Sachen einmal ein und lässt es dann gut sein. Auf dem Trail funktioniert das Fahrwerk ohne Handy und ohne die App. Letztendlich steht und fällt die Akzeptanz für das elektronische Fahrwerk, aber mit der Funktion auf dem Trail. Wie schnell öffnet und schließt es, wie viel Ärger macht es und wie korrekt trifft es seine Entscheidungen. Wir haben das System nicht nur auf längeren Ausfahrten getestet, sondern auch ganz bewusst extreme Situationen provoziert, um der Technik auf den Zahn zu fühlen. Was mich dabei überrascht hat, ist, dass das Fahrwerk tatsächlich extrem schnell seine Entscheidungen trifft. Ein Beispiel, ich bin mit dem Bike auf einer Teerstraße bergauf gesprintet. Das Fahrwerk war, wie man es selbst auch gemacht hätte, in dem Zustand gelockt. Und in dem gelockten Zustand bin ich dann von der Teerstraße in den Trail links reingesprungen. Und obwohl der Sprung mit Sicherheit keine 2 Meter Luftstand hatte, hat das Fahrwerk bereits in der Luft geöffnet. Und bei der Landung hatte ich den vollen Komfort und die volle Kontrolle. Und das zeigt schon beeindruckend, wie schnell das Fahrwerk reagiert. Meine Erwartung wäre gewesen, dass man bei der Landung zumindest so eine Art Losbrechmoment spüren würde, wie man das von Braingabeln oder von Fox-Lifeverse-Systemen kennt. Aber dem war nicht so. Und auch wenn die Reifen am Boden bleiben, reagiert das System nicht nur blitzschnell, sondern in der Folge auch ziemlich häufig. Wenn man im Wiegetritt auf Raumuntergrund bergauftritt, bleibt das System in der Pedalplattform. Aber schon wenige Meter auf flachen Untergrund reichen und das System ist wieder im gelockten Zustand. Und das alles völlig ohne Menschliches Zutun. Dafür aber mit dem typischen Geräusch, das der Stellmotor von sich gibt, wenn er die Druckstufenverstellung ansteuert. Durch die kurzen Reaktionszeiten schaltet das System dementsprechend oft. Laut RockShox war der Stellmotor bei Nino Schutters 34. World Cup-Sieg letztes Jahr über eine Renntar von 90 Minuten über 1300 Mal im Einsatz. Das entspricht einer Fahrwerksänderung allen vier Sekunden. Da wird völlig klar. Als Mensch kann man das während dem Rennen selbst nicht erbringen. Gegenüber dem klassischen Remote Lockout, der mit dem Bautenzug funktioniert, hat die Elektronik einen weiteren Vorteil. Denn während der Remote Lockout Gabel und Dämpfer immer nur gleichzeitig ansteuert, gibt es Situationen, in denen das elektronische Fahrwerk entscheidet, dass der Dämpfer in der Pedalplattform verharren soll, die Gabel aber zum Beispiel offen bleiben sollte. Das passiert vor allem dann, wenn man dem System über die Bias-Einstellungen sagt, dass man lieber komfortorientierter unterwegs ist. Was das Thema Effizienzsteigerung angeht, spricht RockShox selbst von einem Effizienzgewinn von 1,8% gegenüber einem herkömmlichen Remote Lockout. Auf die Ränder auf und 90 Minuten länger läppert sich da einiges zusammen. Und in der Szene, wo viele Sportler immer noch ihre Nudeln abwägen, um aufs richtige Wettkampfgewicht zu kommen, ist das ein kräftiges Argument. Wie viel Glauben man der Studie des Herstellers an der Stelle schenken will, das bleibt jedem selbst überlassen. An der Funktion des Fahrwerks gibt es wirklich nichts zu bemängeln. Und dennoch hat es Kritikpunkte. Der erste wäre das Thema Gewicht. Wir haben alle Flight Attendant Komponenten aus dem Fahrrad ausgebaut und einzeln gewogen. Und mit den mechanischen Pedals in Vergleich gesetzt. Und dabei kommt ein Mehrgewicht von gerade mal 80 Gramm zum Vorschein. Wenn man davon ausgeht, dass auch der Fahrer mit dem mechanischen Lockout eine Wattnusskurbel an Bord hat. Die genaue Gewichtstabelle mit allen Gewichten zu allen Einzelteilen findet ihr auf bike-test.com. Den Artikel dazu haben wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ein zweiter Punkt, dessen man sich bewusst sein muss, ist, dass das Fahrwerk natürlich mit Strom versorgt werden muss. SRAM bzw. RockShox greift hier auf die bekannten AXS-Akkus aus Schaltung und Teleskopstütze zurück. An Gabel und Dämpfer ist jeweils ein solcher Akku verbaut. Hauptmann, wie an dem Bike hier hinten. Zusätzlich die elektronische Teleskopsattelstütze von RockShox und die elektronische SRAM AXS-Schaltung sind schon vier Akkus, die man an einem Bike regelmäßig laden muss. Eine Akkulaufzeit von 30 Stunden sorgt aber dafür, dass man das nicht nach jeder Ausfahrt tun muss. Natürlich kommen 2024 etliche Bikes, die dieses Fahrwerk ab Werk verbaut haben. Aber man kann das System auch in sein altes Bike nachrüsten. Der Dämpfer kostet 950 Euro. Die Gabel kostet, wenn es eine SIT SL ist mit 100 mm Federweg, 1500 Euro, wenn es eine 120er SIT Gabel ist, 1600 Euro. Und den günstigsten Powermeter, den das System ja braucht, kriegt man von SRAM für 400 Euro. Wer schon eine SIT Federgabel der jüngsten Generation hat, muss nicht die komplette Gabel austauschen, sondern kann die Dämpfungskartusche mit der Flight Attendant-Einheit einzeln austauschen. Elektronische Bauteile am Mountainbike standen ja immer etwas in der Kritik, dass sie keinen wirklichen Mehrwert liefern würden. Und wenn man sich die Bauteile wie die Teleskopstütze oder die Schaltung anschaut, dann ist es auch ein Stück weit so. Außer, dass die Bautenzüge wegfallen, bleibt der Mehrwert, den das elektronische System hier liefert, überschaubar. Beim Fahrwerk ist die Sache gänzlich anders. Denn die Elektronik leistet deutlich mehr, als es die Kombination aus Mensch- und mechanischem Lockout jemals schaffen würde. Durch den hohen Grad der Individualisierbarkeit, die tadellose Funktion auf dem Trail und die Ansiedlung in der richtigen Zielgruppe wird das Flight Attendant XC-Fahrwerk erstmals dafür sorgen, dass sich die Elektronik im Bereich des Fahrwerks etablieren wird. Und wer bei so vielen Technik-Highlights Lust auf mehr bekommen hat, der findet in unserem Videokanal auch ein separates Video zu dem neuen Specialized Epic S-Works, das ihr hinter mir hängt. Denn das Bike ist nicht nur eine Trägerplatte für das neue RockShox-Fahrwerk, sondern eine komplette Neukonstruktion mit 120 mm Federweg und unter 10,5 kg. Und das ist nicht nur eine Trägerplatte für das neue withe, sondern eine Trägerplatte für das neue RockShox-Fahrwerk, sondern ein Low-Tür, das ist nicht nur eine Frägerplatte für das neue Roller-Profe. Vielen Dank.